Dies ist vermutlich einer der besseren Orte bei der jüngsten Hitzewelle in Italien. An den Stränden von Palermo auf Sizilien suchten am Sonntag hunderte Personen nach etwas Abkühlung. Und die wird man auch weiterhin brauchen. Denn das Land ächzt unter extrem hohen Temperaturen. In den kommenden Tagen könnte das Thermometer an manchen Orten bis auf 48 Grad Celsius klettern. Solch eine Hitze gilt als lebensbedrohlich. Diese Badegäste nehmen die Situation bisher noch eher gelassen. Es ist heiß, sehr heiß, besonders hier bei uns in Palermo. Wir spüren die Hitze jeden Tag, wir merken, wenn sie kommt, aber wir wissen nicht, wann sie wieder geht. Wir versuchen uns etwas abzukühlen, zum Beispiel im Meer. Es ist auf jeden Fall heißer als in den Jahren zuvor. Das scheint normal, alle reden darüber, auch wir. Und das Wasser ist auch wärmer geworden, wärmer als in den Jahren zuvor. Die italienischen Behörden hatten wegen der hohen Temperaturen der vergangenen Tage bereits Hitzewarnungen herausgegeben. 16 Städte sind betroffen, darunter Rom, Florenz und Bologna. Das Gesundheitsministerium sieht Gefahren nicht nur für Risikogruppen, sondern auch für gesunde und aktive Menschen. Der italienische Wetterdienst befürchtet, Zitat, eine der intensivsten Hitzewellen aller Zeiten.